Servus, ich geh Schwammerl suchen. Magst mitgehen mit mir? Da ist das erste Eierschwammerl. Das gilt es zu befreien und zu ernten. Heute muss ich über viele Hindernisse kraxeln. Sehr, sehr miesam. Aber da drüben leuchtet's gelb und das will geerntet werden. Das heißt, ich muss rüber. Und jetzt schaut euch die Gemeinheit an. Jetzt bin ich rübergekraxelt über das Wasser. Und jetzt sehe ich auf der drüberen Seite einen riesen Pfifferling. Wahnsinn, ich muss wieder hinüber. Ein wunderschöner Fliegenpilz. Also die ganz Kleinen sind zwar mühsam zu pflücken, aber sie haben das beste Aroma. Sie sind so geschmackig, ich nehme die Kleinen auch immer mit. Der ist wirklich prächtig und hat nicht einmal Würmer, nicht angeknabbert, gar nichts. Das macht Freude. So, das war's. Das sind meine Schätze. Gibt's einiges. Einige wirklich wunderschöne und viele, viele Eierschwammerl. Danke fürs Begleiten. Servus. Baba.